Heute machen wir eine Reise zu einem historischen Gebirgsstock, einer Gipfelgruppe, die in den Dolomiten die zweite Reihe dominiert, historisch, geologisch, geografisch und alpinistisch, aber definitiv zu den ganz Großen gehört. Deshalb geht's heute in Berge im Porträt um die Geißlerspitzen. Hallo und willkommen zu einem neuen Video bei der Alpenacademy. Heute möchte ich euch eine beeindruckende Gebirgsgruppe vorstellen, die den Kamm zwischen Vilnius und Gröden in Südtirol bildet. Die Geißlergruppe. Doch vorweg, die Geißlergruppe kennen viele Menschen unter dem Namen Geißlerspitzen. Die Geißlerspitzen und auch die Geißlergruppe wird namentlich von der Geißlerspitze abgeleitet. Der 2832 Meter hohe Gipfel ist keiner der höchsten Gipfel der Geißlergruppe, aber immerhin namensgebend. Die Geißlerspitzen ist also eigentlich fast irreführend, bilden die Spitzen um die Geißlerspitze doch eigentlich erst den Stock der Geißlergruppe. Die Geißler werden auf Ladinisch, das ist die Sprache der Ladiner in einem kleinen Teil Südtirols, auch Odles, also Nadeln genannt. Doch so viel erstmal zum Namen dieses spannenden Gebirgsstocks. Schauen wir uns zu Beginn etwas genauer mal die Geografie an. Die Geißlergruppe liegt zu großen Teilen im Naturpark Puez-Geißler und ist damit Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und damit eben auch Teil der Dolomiten. Die Geißlerspitzen, offiziell eigentlich also die Geißlergruppe, ist relativ komplex, denn sie besteht aus zwei großen Teilen. Die Geißlerspitzen östlich der Panascharte mit ihren hohen und markanten Felswänden auf der einen Seite. Die Felsnadeln auf dieser Seite umfassen unter anderem die untere und die obere Fermeda, die kleine und die große Fermeda, den Vilnösserturm, die Odla de Cisles, die Gran Odla, die Vilnösser Odla und den Sas de Mesti. Und dann gibt es noch die Hauptgruppe der Geißlerspitzen. Hier stehen neben dem Sasri Geiß auch die große Furketter, die kleine Furketter, der Thor-Kofel, die Odla de Valduza und der Wasser-Kofel. Die Geißler und die drei Zinnen haben eines gemeinsam, ihre Entstehung. Denn die afrikanische und europäische Platte hinterließen die Alpen. Und der Vulkanismus im Süden sorgte dafür, dass zwischen den Gipfeln, den steilen, felsigen Gipfeln der Dolomiten, definitiv auch diese Almen und die Hügellandschaften zwischen Geißler und Co. entstanden. Der Sasri Geiß ist der höchste der Gipfel der Geißlergruppe. 3025 Meter ist er hoch und damit in den Dolomiten einer von nur 65 Hauptgipfeln der Dolomiten, die die 3000 Meter knacken. Aber ist der Sasri Geiß denn ganz sicher auch wirklich der höchste Gipfel der Geißler? Der Sasri Geiß ist vielleicht der berühmteste Gipfel der Geißlergruppe, aber nicht unbedingt der höchste, je nachdem, wenn man fragen möchte. Denn die große Furketter wird laut Vermessungen ebenfalls exakt mit 3025 Metern ausgewiesen. Auf den Meter genauso hoch wie der Sasri Geiß. Gibt es also in einem so komplexen und bröseligen Gebirge tatsächlich zwei nebeneinander liegende Gipfeln mit einer identischen Höhe? Oder wäre das des Zufalls zu viel? Fragt man manche Tourenbücher und Bergführer, werden sie einem für die Furketter eine Höhe von 3030 Meter ausspucken. Belegt ist das aber bis heute nicht wirklich. Vielleicht will man auch einfach nur den anspruchsvolleren der beiden Gipfel als den höchsten kennen. Die große Furketter jedenfalls ist nur durch eine zierliche Scharte von dem Sasri Geiß getrennt. Und für viele, vor allem von Norden aus, der deutlich imposantere, mächtigere Gebirgsstock. Aber ist die Furketter letztlich vielleicht wirklich mächtiger und imposanter? Schauen wir uns doch erst den wohl höchsten der Geißler Gruppe an, den Sasri Geiß. Der Sasri Geiß kann von verschiedenen Seiten bestiegen werden. Über den Ostanstieg, den Südwestanstieg oder den Wilnöser Abstieg zur Mittagsscharte. Vor 150 Jahren jedoch waren all diese Wege natürlich Zukunftsmusik und dass eines Tages Klettersteige den Sasri Geiß dominieren, das hätte wohl auch keiner im verschlafenen Wilnös gedacht. Doch wie war das mit der Erstbesteigung? Giorgio und Giovanni Bernard, Bruno Wagner und Eduard Niglutsch machten sich am 4. Juli 1878 auf den Weg zur Westseite des Sasri Geiß. Durch viel Schotter, loses Gestein, steile Felspassagen und vorbei an Felsaufbauten und Türmen schafften sie die Erstbegehung am Sasri Geiß. Ohne Weg, ohne Spur und Pfad und natürlich ohne das heute rettende Stahlseil eine Unternehmung, die deutlich beachtlicher ist, als sie es vielleicht scheinen mag. Es dauerte zehn weitere Jahre, bis der berühmte österreichische Bergsteiger Heinrich Hess zusammen mit Robert Hans Schmidt und Karl Schulz den Ostgrad besteigen und damit den Gipfel des Sasri Geiß von zwei Seiten möglich machte. Alle Anstiege auf den Sasri Geiß sind bis heute keine einfachen Wanderungen. Das Dolomitgestein, der schroffe Aufbau und die steilen Flanken machen das schlichtweg unmöglich. Doch durch den heutigen BC-Klettersteig ist der Aufstieg und Abstieg jedenfalls für einen Großteil der Bergwanderer möglich geworden. Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit natürlich vorausgesetzt. Die Furchetta wurde 1870, also noch vor der Erstbesteigung des Sasri Geiß, erst bestiegen. Dabei gab es bei der Solo-Besteigung durch einen örtlichen Jäger kaum etwas Berichtenswertes, obwohl nach heutigen Maßstäben der Normalweg der Furchetta deutlich schwieriger ist. Während der Sasri Geiß mit Klettersteigen vereinfacht wurde, ist die Furchetta heute noch vergleichsweise ursprünglich und deshalb auch deutlich seltener besucht als der gerade mal 600 Meter entfernte Sasri Geiß, zumindest in Luftlinie. Für viele Menschen sind die Geißlerspitzen einfach nur schön. Für historisch interessierte Bergsteiger sind sie aber auch der Startpunkt einer ganz großen Alpingeschichte. Denn gäbe es die Geißlerspitzen nicht, gäbe es vielleicht viele berühmte Geschichten eines bestimmten Mannes nicht, Reinhold Messner. Laut ihm war der Sasri Geiß im Alter von 5 Jahren seine erste 3000er und damit der Beginn einer Faszination, die heute für viele Bücher und früher für viele Erstbegehungen und Abenteurergeschichten von der ganzen Welt verantwortlich ist. Kaum jemand kennt die abgelegenen Wände der Geißler so gut wie Reinhold Messner. Denn die Geißler-Gruppe bietet viele Steilwände, die wenige Begehungen sehen und noch heute zeichnet der Name Messner Linien durch die steilsten und höchsten ihrer Wände. Nur diesmal eben mit Erstbegehungen ohne einen Reinhold, dafür aber mit einem Simon Messner. Die Geißler-Gruppe ist für den Tourismus in Chiusa und Bressanone das, was für Cortina am Pezzo die Dreizinnen sind. So leben heute viele Menschen vom Tourismus, viele Seilbahnen verschandeln, äh nein, Entschuldigung, verzieren die Berge und Existenzen hängen von diesen Spitzen ab. Wer diese Menschen, die Täler und die Wege von oben sehen will, der muss sich alpinen Herausforderungen bewusst sein, die die Dolomiten letztlich so einzigartig machen. Entweder über die einfacheren Klettersteige oder über historische alpine, teils waghalsige Alpinklettertouren, die nur wenige Wiederholer kennen. Die Tatsache, dass die Geißler-Gruppe von der Autobahn aus zwischen den Almen um St. Magdalena hervorblitzt, tut dem alpinen Charakter dieser Spitzen keinen Abbruch. Wenn euch die heutige Ausgabe von Berge im Porträt gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Geißler kennt, schon oben wart, schon dort wart oder sie nur von Reinhold Messner mal gehört habt. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!